moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute möchte ich euch die hosonic e7 vorstellen bei der hosonic e7 handelt es sich um eine kleine edc taschenlampe mit können sehen 1100 lohn viel kann man jetzt hier auf dieser verpackung nicht erkennen weil die sehr intelligent waren die diese ganzen lustigen aufkleber drauf gemacht haben aber das ist kein problem ich würde sagen haben wir sagen doch aus und schauen uns gemeinsam an ja geliefert wird das ganze in so einem normalen pappkarton schieben das ganze hier raus und dann haben wir als erstes die bedienungsanleitung dazu die ist allerdings nur auf glaube ich chinesisch und doch da sogar deutsch bei und englisch also haben wir dann doch mal zu lesen und das soll jetzt erst mal gar nicht noch das problem ja dann habe ich hier noch drin die lampe selber usb c ladekabel dann ist das ganze ausgepackt und hier zum ein die taschenlampe selber wir drei leds auf der vorderseite verbaut haben hier ein vormontierten hosentaschen oder pocket clip dran und auf der rückseite das finde ich so genial haben wir hier dann auch noch mal verschiedenfarbige leds mit verschiedenen leuchtmodi ist hier vorne kommt einfach regulär ganz normal nur weiß licht raus hier hinten haben wir weiß licht rotes licht uv und halt so ein rot blinkend und ich glaube rot blau blinkendes licht was zeige ich euch gleich ganz in ruhe noch mal hier oben drauf haben die beiden einschaltknöpfe und den gedrückt halten haben wir dann momentan das licht auf der vorderseite genauso wie auf der rückseite mit dem lieferumfang ist die lampe selber und hier so einen kleinen schlüssel ring ein usb c ladekabel und eine bedienungsanleitung die sogar auf deutsch ist ja hier haben wir die lampe selber wir vorne drei leds sind die haupt leds die das ganze ausleuchten die auch die hauptarbeit machen von 1100 lumen hier oben drauf haben die zwei schalter einmal den power button für die vorderen lampe und einmal den für die hinteren lampe denn zum fall gekennzeichnet ist die gedrückt halten jeweils dann haben wir so ein momentary licht für also nicht hausnummer straßen stellt erkennen oder wenn er irgendwie gerade mit dem buschbruch rennt aber so kurz zum checken was da ist auf der rückseite haben wir dann noch mal vier verschiedene leds rot weiß wir haben uv und eine blaue dazu haben wir dann hier noch diesen schönen pocket clip und das ganze irgendwo an der hose rucksack bürtel wochen zu befestigen hier oben haben wir noch eine kleine aussparung für sagen schlüssel ring ein kleines band was man da so daran machen sondern wie so eine handschlaufe oder sowas hier auf der seite unter dieser gummiabdeckung versteckt sich dann der usb c ladeanschluss das mit dieser gummi kappe auch relativ gut gegen feuchtigkeit geschützt was auch noch zu sagen ist dass diese endkappe hier hinten dass das ganze magnetisch ist wir können das beispielsweise muss am auto brauchen oder bei irgendeiner reparatur oder eher irgendwas beispielsweise wir sind draußen buschkraft in dem wald oder irgendwie sowas und haben dann unser messer irgendwo eingesteckt zum beispiel diese lampe nehmen die daran hängen und haben auf jeden fall nicht wenn wir es dann einschalten praktische sache hält auch relativ gut und ja ich würde sagen schauen uns jetzt mal einmal kurz die einzelnen lichtmodi an wenn wir hier diesen ersten schalter und diesen power symbol gedrückt halten haben wir wie gesagt momentary licht dafür ist aber schnell zugriff kurz gucken okay in der tasche versuchen zum beispiel wenn wir dann doppelt drücken dann schalten wir die ein haben dann hier auch den indikator dafür dass die lampe alles und haben dann hier die einzelnen leuchten modi natürlich einfaches klicken wechseln wir halt durch die verschiedenen modi durch gedrückt halten und wir schalten die ganze lampe wieder aus das gleiche haben wir dann mit den leds auf der rückseite gedrückt halten haben wir halt dieses momentary licht doppelt doppelt klicken und wir haben dann als zuletzt eingeschaltet hier bei mir dieses und blaue blinken klicken dann haben wir weiß licht uv rotes licht rotes licht blinkend und dann halt dieses kombinations licht aus rot und blau blinkend gedrückt halten und das ganze wieder auszuschalten ja freunde ihr könnt hier mal den größenvergleich sehen ist echt nicht wirklich groß eignet sich meiner meinung nach deswegen schon als kleines edc gadget nimmt überhaupt keinen platz weg und ganz über in jede tasche stecken in jedem rucksack an jedem rucksack dran heften man kann es hier mit diese öse auch mit an schlüsselbund dran machen beispielsweise finde ich mega genial und ich würde sagen gehen jetzt raus und schaut das ganze draußen mal in der praxis an wie hell das ganze ist so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Mein Fazit zu der Lampe ist eine ganz ordentlich verarbeitete, praktische EDC-Lampe, die man sich auch ganz entspannt in sein EDC packen kann oder halt ins Auto oder wo auch immer man noch so eine kleine kompakte Taschenlampe braucht. Den Preis kann ich euch jetzt gerade aktuell gar nicht sagen, aber ich blende euch gleich hier unten mal ein. Den Link dazu packe ich euch mit in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann auch nochmal, wenn ihr irgendwelche anderen Infos braucht dazu, das gerne mal alles noch durchlesen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann bleibt doch gerne weiterhin dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.